Dann müssen wir mal hier hin, mal so hin und da mal da vorne hin. Gibt es jetzt hier ein Zeitding? Also nicht so aus, okay? Das heißt, wir können uns hier ein bisschen umschauen. Du hast ja nichts. Oh, da sind Lootbox. Lootbox, nice. Schön. Ah, bist da drüben. Unsere Armee ist nicht so heiß. Ich weiß nicht, ob unsere Generäle sind oder unsere Soldaten sind. Aber wir haben viel zu verletzieren. Stopp dein Geheimnis. Unsere Armee ist die höchste auf Mars. Also haben sie ein bisschen schlechter Glück hier und da. Das war verbunden zu passieren. Besonders, unsere Armee haben keine Schmerzen. Und sie kämpfen nicht fairer. Du kannst das sagen, weil du aus der Ward-Familie bist. Das klingt ja scheiße von denen. Falls es wirklich so ist. Könnte auch nur Gerede sein. Hey. Habt ihr gehört? Die Worte auf der Straße ist, dass die ASC sich umschauen. Ja, ich habe. Aber sie werden einen schweren Zeit finden, Menschen zu finden. Die Hazzard-Pfamilie hat nicht die halbe davon. Vielleicht. Aber denk mal, was man für Abundanz machen könnte. Ich bin sicher, dass die jungen, restloser und patriotische Armee auf die Liste. Niemand hat es für die Armee und Schlag. Für sicher. Interessant. Die Labertaschen. Okay, dann mal los. Versuchen wir es. Entschuldigung, Soldat. Ich will ihn. Schrauben! Nicht ein anderer Schritt! Das Uniform ist nicht in niemandem. Was bist du? Ein Krieger-Spie? Schau. Ich habe nur zurückgekommen. Also, wenn meine Uniform nicht auf der Speck ist, dann verabschieden Sie mich. Aber entweder erzähle deinen Superioren, dass ich mit Intel wieder zurück bin. Oder erzähle ihnen, warum du es von ihnen gehalten hast. Deine Wahl. Du hast nur angefangen, zu spieren auf den Krieg? Aber warum hast du das in der ersten Stelle gesagt? Geh in hier, bevor du deine Begriffe blommst! Okay, sind das immer noch die gleiche? Was sind das hier? Jetzt schon die Typen, die hier mit der Droge vollgepumpt sind? Jetzt schon, oder was ist hier los? Bin ich hier falsch? Hm, okay. Sehen wir gleich. Ich hab keine Angst. Herr Körporal, wir reden. Sie wollen reden? Natürlich, warum nicht? Nicht wie wir hier im Krieg sind. Wir haben einfach eine weibliche Teat-Parte! Was ist alles, was du willst, über das? Oh, scheiße, ich bin sorry, Lieutenant. Ich habe nicht gesehen, deine Scheisse. Deine Uniform hat mich ausgeschlagen, Herr. Das war mein Fehler. Es ist okay, Corporal, schau mal. Hör, Corporal, du bist verletzt, du bist Angst, und ich verstehe das. Nicht viel ist für dich jetzt zu tun, aber du musst mir glauben, du bist zurück in Ophir. Und deine Frau, Maja, sie hat Angst vor dir. Maja? Wie du mein Name meiner Frau kennst? Hast du etwas gemacht, um... Deine Frau ist gut, Corporal. Sie hat mir sogar gesagt, dass du sie mit dem Ribbon hattest. Sie hat dir gesagt, dass du die Ribbon hattest? Ich... 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 wir... Wir waren unter Siege. Wenn wir in Ophir, du, sagst mir, dass du es unter Siege ist? Es ist. Die Begründung ist gut, aber du hast die Warehouse wie Männer. So, einfach relax, und zurück in deine Barriks. Rest. Und warte für deine Frau. Sie hat ein paar gute Nachrichten für dich. Good news? Of what? The best kind? Trust me. The kind that'll be a reason to stay safe. Stay alive. Yes, sir. Thank you, sir. Men. Listen up. Lower your arms. We're heading back to the barracks. On the double. Ah, schön. Karma, gut. Nice. Nicht schon gerettet. Die paar Tote wurden nicht schon verzehnt. So, da habt ihr. Karma ist so sinnlos. Mit dieser Tate haben wir jetzt schon wieder alles gut gemacht. So. Deswegen ist Karma so sinnlos. So, einmal schön. Looten, looten. So, haben wir uns verdient. Und so, Arztmantel. Schön. Verdammt. Ja, da muss man halt besser werden. So. Looten, looten. Und ich glaube, wir sind bald voll, oder? Gangster-Kapuze. Ja, geil. Brauchen wir auch für die Slums. Als Tarnung. Okay, Stufe 2. Na, schön. Ah, das hätten wir schon. Schön. Schon erledigt. Du, 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 du. Hm. Verdammt. Brauchen auch ein Schlossknack und zwei. So. No. Ja, du kannst doch rüberklettern. Da ist eine offene Luke da. Hm. Na, laber du mal. Okay. Das geht schnell. Und sind wir immer noch ausgeruht hier. Ah, okay, wird langsam knapp. Wir dänen es mal ein bisschen. So, was aber denn hier Neues? Hm. 11%. Schön. Gegen Gift. Gegen Unterbrechung. Hm. Äh, nee. Türhelm. Will ich eigentlich nicht mitnehmen. So. Ich bin da lieber helmlos. Wollte gerade kopflos sagen, aber da bin ich eh. Das bin ich eh schon. Wie man hört. So. Das ist schon erledigt. Das ist schon erledigt. Lieutenant, wie kann ich dir helfen? Das ist schon erledigt. Ich habe dir das Problem geschlossen, Quartermaster. Ist das so? Und wie geht es? Keine Leben verloren. Aber wenn wir nicht ein Antidot zu dem Drogen, ich glaube, dass diese Menschen ein Tag sehen, außer uns selbst für die resten der Leben. Danke, Lieutenant. Wir verdienen dir einen. Ein Freund von mir, der Arbeit auf den Test, hat uns eine Samplein. Und wir sollten uns mit ein Antidot zu machen. Ich hoffe, ich hoffe. Okay, und was ist das denn? Bitte Scott um ein Gegengift. Okay, und wo ist der? Ja, wo ist er denn? Hmm. Hier ist eine Person. Okay, was ist mit dir? Das ist doch nichts Neues. Okay, tschüss. Ist einfach nur markiert. Achso, Team zusammenstellen ist hier. Das ist das Symbol. Ah, okay. Alles klar. So, äh. Können wir hier überhaupt was Neues tun? Lass mal sehen. Upgrade. Panzerbrechend. Was fehlt denn hier? Eingewandtheit. Glaub ich das nicht. Upgrade-Pläne für normale Dolche. Ah, okay. Hm. Na gut, dann lass ich das mal. So. Hm. Wo bin ich hier? Okay. So, nächste Person. Was nehmen wir denn da? Ist immer noch, okay. Immer noch aktiv. Gut. Wo ist denn dieser Typ? Wir sind hier wohl weg. Wie es aussieht, okay. Wo geht's hier hin? Die Slums, okay. Die Slums sind hier so viel, ist das sehr. Ah. Okay, jetzt habe ich hier nur das da. Gut. Alles klar. Alles für die Bessere Übersicht. Was machst du denn hier? Was macht ihr hier? Okay. Machen wir hier Logen, wie es aussieht. Oder vergraben gerade eine Leiche. Kann auch sein. Ist ja alles möglich hier. Okay, was ist denn hier mit euch los? Was ist denn hier mit euch los? Was soll'n das? Ja, tschüss. Was auch immer hier los ist. Market. Okay, interessant. Okay. Warum? Was ist denn hier los? Eigentlich wollte ich jetzt erst mal das hier tun. Scott besuchen. Hallo Scott. Wo bist du? Scott, bist du hier? Stufe 2, Stufe 1. Scott, bist du hier drin? Hallo. Scott. Hm. Ne, hier ist er nicht. Vielleicht hier drin. Auch nicht. Scott. Scott. Bist du hier drin? Na, können wir nachschauen. Okay. Na, Scott. Scott Sieker. Ach, du bist das. Ah. Okay. Was hast du verloren? Äh, ich habe eine Sache erwähnt. Oh, ich bin sorry. In fact, es ist um einen Freund. Charles? Du erinnerst dich, Charles? Oh, du kannst ihn nicht erinnern. Silly me. Du hast ihn nie gesehen. Anyway, Charles ist ein Freund. Ein Wissenschaftler. Er war viel mehr erfolgreich als ich, muss ich sagen. So, er ist ein Freund. Und ich erinnere ihn. Es sieht, dass er er nicht verraten hat. Und ich bin ein bisschen Angst. Ich weiß, dass er ein bisschen sensibel ist. Important. Vielleicht hat er Probleme wegen dieser Stelle. Anyhow, es ist schwer zu erzählen. Wie willst du ihn finden? Er hat einen Assistenten. Sehr gut. Sie hat einen leckeres Pastoren. Oh, ein Kuchen. Unless ich sie mit jemand anderen mixe. Anyhow, er hat einen Assistenten. Ich bin ziemlich sicher. Na, eh, du hast ja deine Assistentin. Okay. Okay. Ich will sie finden. Sie muss wissen, was zu ihm passiert. Und wenn sie das tun, wird es sein, dass der Professor nur in einer Konferenz irgendwo. Vielleicht. Es ist wahr, dass ich nicht in Konferen zu Konferen, wie ich es war. Es ist eher unfair. Ich habe immer die Cocktail, die sie verraten. Hm. Okay. Gut, machen wir das. Und im Gegensatz kann sie das ja tun. Ich habe eine Samplein von einem Drogen, die zu den Soldaten wurde. Wir brauchen absolut eine Antidose. Kannst du das tun? Natürlich. Du wissen, du vielleicht hätte es dir gemacht. Wenn du hörst die Wissenschaftler, die ich euch versuchte. Was haben wir denn hier? Dann gibt es wieder das gleiche. Personen. Hm. 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 Du kennst dich mein Master, Sean, gut, nicht? Gut. Das ist eine große Worte. Ich weiß ihn, natürlich. Ich habe ihn vor all den Jahren, ich kam zu besuchen. Wir sprechen manchmal. Er lebt viel dich. Ich denke, dass er für dich hat große Hoffnung. Er ist auch sehr bitter. Er schützt eine Begründe gegen unsere Konferenz. Und ich weiß nicht warum. Ich denke, dass es wegen der verabschiedeten Kuppel-Policy auf den Technomancers war. Das Junge hätte wohl eine frustrierte Liebe gehabt, das Junge. Ich hoffe, dass er dir keine schlechte Ideen gab. Abundanz hat eine Klinik, aber es ist es für uns, um sie zu fixen. Und es bleibt sicherlich das Beste von allen Kooperationen. Hmm... Okay. Ich hoffe dann, dass er nicht mal zum Feind wird. Und wir dann die Wahl haben, ihn töten oder nicht. Oder den Befehl dazu erhalten. Das wäre nicht so schön. Hmm... Aber würde passen. Zu so einer Geschichte. Okay. Tja, hätten wir das schon. Schön, schön. Okay, der andere müssen wir da nachfragen, okay. Der Assistentin. Alles klar. Machen wir das direkt. Ständig Kino Thea und Aufgaben erfüllen. Bist du das? Veronica Seeker. Veronica Seeker. Ich weiß nicht, woher ich ihn gefunden habe. Hm. Und du bist? Zachariah Manser. Der Professor und ich haben eine gemeinsame Freundin. Der hat ihn überrascht. Ich weiß das Gefühl. Ich habe ihn noch nie gesehen. Ich bin Veronica Seeker, die Professorin. der Professorin. Ich habe ein Messer, die mich informiert hat, dass er eine impromptue Vakation hat. Aber es ist nicht so wie ihm. Er ließ nicht sogar schlafen. Er sagte, dass er einfach Zeit verbrauchte. Es ist sogar noch nicht sicherlich in der Mitte der Forschung, die er macht. Okay. Sympathisch. Nach der Forschung fragen. Ja. Es scheint ein bisschen offensichtlich, nicht wahr? Der Professor sollte auch ein Freund beginnen mit einem Freund von meinem Freund. Ich bin sicher, dass er schon angefangen hat. Er wusste nichts über ihn? Natürlich. Ich bin mit der Forschung der Professorin. Aber ich sollte ihn nicht mit jemandem, ohne seine Verpflichtung. Aber mit dem Namen Manser, ich denke, dass er technomanische Forschung ist für dich. Ansonsten haben die meisten Menschen kaum ein Augenblick auf die scientifische Aspekte von Technomancer-Prägen. Wenn du Angst hast, dass das Messer nicht wirklich von dem Professor gewesen war, hast du seine Verwaltung? Zu den Regierungen? Natürlich nicht. Die Regierungen, Herr Manser, haben viel stärker schwierige Probleme als das. Ich bin sicher, dass es sich in der Zeit verarbeitet wird. Jetzt, wenn du mich entschuldigst. Hm. Was sie von gemeinsamen Interessen überzeugen? 15% Schöne, der lieber Charisma. als eigener Freund des Professors auftreten. Verdammt. Was heißt denn hier? Out? Wir sind schon draußen. Okay, 15% Chance. Der 50-50-Joker. Ich habe die Professoren-Präsentationen gelesen. Ich kann nicht sagen, dass ich es überhaupt entstanden habe. Aber es war faszinierend. Ich hatte immer ein Interesse in der Wissenschaft und der Medizin. Das ist seine Spezialität, oder? Er ist ein Genetikist, nicht ein Doktor. Einige informierte Mitglieder der Wissenschaftler-Kommunität wissen würde das. Er ist ein bisschen zu beschäftigt, um die Medizin-Diskoverien zu behandeln. Jetzt, lass mich zu meinem Arbeit. Ich werde weiter mit hier draußen stehen. Okay. Na, verdammt. Nimm Scott mit, um Veronica zum Reden zu bewegen. Na, verdammt. Ah, 50-50-Joker. Du bist ein Scheiss. Und ein Arsch. So, kann man nicht einmal aussprechen. So ein Scheiss ist da. So ein Scheiss-Name. Wer hat diesen Scheiss erfunden? Okay, wir müssen Scott mitnehmen. Scott, Scott, Scott. Oh, jetzt ein Scotch. Hm. So. Okay. So, du. So. Thomas, mitkommen. Hallo, Scott. Hallo, mein Junge. Wie geht's? Nichts gebrochen, ich hoffe. Nein, nein. Ist alles heil. Äh. Hä? Ach so. Äh. Du bist der Gewehr, Heine. Okay, dann gehst du mal weg und du kommst mit. So, gibt es jetzt auch so einer? Ach, warte mal. Team zusammenstellen. Noch nö. Oder bist du hier? Verdammt. Ich hätte mal den Typen lesen sollen, den Scott. Äh, naja, zu spät. Okay, jetzt noch einmal. Noch einmal. Wo soll ich denn eigentlich? Wie fit ich bin? Aber wir haben zu viel. Äh. Okay. 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 Das habe ich häufig angesetzt. Okay. Aha. Aha. Ruf. Kammer. Gut. Ruf bei den Gefährten. ist ja nicht so toll. Aha, aha. Aha, aha. Ah. Aha, aha. Aha. Ah-ha. Kündersand. Hm. Scheint da noch so einiges zu kommen. Okay. Kündersand. So. Ha 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 ha. Ha ha ha. Hallo. Ich bin sehr entschuldig, ich habe dich nicht erkannt. Du solltest mir vorhin sagen, um mich aus dieser Erinnerung zu retten. War es du, der die Zusammenarbeit mit der Technomancer-Ressource planlässt? Ich bin Angst, dass die Professoren' Vokal-Railungen gegen die ASC und ihre unendete Kraftwerke vielleicht endlich zurückgekommen haben, um ihn zu bieten. Er würde sogar zu seinen Kollegen und den Zuhörern an Konferenzen prüfen. Ich würde natürlich nichts geben, was falsch ist, aber Hoffnung ist oft inkongruös mit der Realität, die wir uns befassen müssen. Okay, wir zeigen Veronika. B-b-b. Was stecken die jetzt dahinter? Was soll er doch jetzt tun? Hä? Na, alles gut. Okay, was jetzt? Hä? Geh wohl nicht mehr weiter. Tür ist zu. Geh nicht mehr reden. Okay, jetzt wohl nichts mehr. Wissen wohl, warte. Zechariah. Could you... Anyway, could I talk to you in private? What's going on? I know that I'm asking a lot from you, but I was wondering if maybe... You could continue to investigate. You are someone important now. You know a lot of people. They can tell you if Veronika's suspicions are justified. I could probably talk about it with my captain, or tap into some contacts in the know. Oh, thank you. Thank you very much. I want to be sure, you see. I think that you need to recover his latest research. I strongly believe that. Besides what he said, he found something dangerous. The ASC. They're thugs. We must not allow sensitive scientific research to fall into their hands. The risks are too high. I'll see what I can do, but I doubt that Veronika will give me Charles' documents willingly. She's very protective of her boss' work. Why did Charles start getting into politics? Politics has no place in the scientific community. It's such a plebeian concept. Now, look at poor Veronika. She's like a lost soul. The poor girl seems so sad. Lieutenant, why are we investigating the professors' disappearance? The captain never discussed it. It's not our order. I've been working on something that'll help us in the long run. Something really important. I don't know how it's connected to this, but it is. They're gonna have to trust me. Oh, I get it. You just want to solve a case on your own. I got your back, Lieutenant. Well, we're hopefully more friendly to each other. Okay, let's try it. Let's try it. Let's try it. Let's try it. Veronica, I need a favor. I'm looking for access to the professors compiled research documents. I'd be a big help to me. It's just not my work to share, Zachariah. If he came back, I don't think he'd be too pleased to find out I handed it away. You ever find out what happened to him? Äh, nix neues. I'm still looking for leads. Just finding dead end after dead end. I'm still looking. I keep hoping he just took a vacation. I know better. That man could never relax. Let me know if you hear anything, will you? Okay, wir müssen zuerst was finden. Beweis oder sowas. Irgendwas ist denn da drüben? Okay. Hm. Na gut, gehen wir dann erstmal das Serum ab. Das Gegengift. Machen wir das zuerst. Da sind so viele Aufgaben. Ständig hin und her. Ist auch nichts Neues. So. Äh. Diese Richtung, okay. Aha. Was ist das denn hier? Archiv. Interessant. Ein Archiv. Okay, können wir hier vielleicht Hinweise suchen? Na gut, das ist bezweifle ich. Hm. Sieht da toll aus. Oh. 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 Oh, cool. Schön. Oh ja. Uniform, Hose. Hm. So sehr was Bisseres. Ne. Ah doch, warum nicht. So. Stufe 3. Okay, aber hier kann ich mit niemandem reden. Der hier zuständig ist. Oder bist du es? Ah, ne. Okay. Okay. Tschüss.